Hi, wir sind Tatjana und Norman. Ich bin der Max Franz, das ist meine Frau, die Marina. Wir sind Julia, Patrick und Sammy. Wir zeigen euch jetzt unser Elkhaus. Kommt's mit? Wir haben uns 2020 entschieden ein Haus zu bauen und jetzt leben wir seit knapp einem Jahr mit unseren beiden Kindern hier in der Nähe von Bamberg in unserem Elkhaus. Wir haben uns für Elk entschieden aufgrund der vielen positiven Erfahrungsberichte, die wir in unserem privaten Umfeld hatten. Wir wohnen schon gemeinsam seit fünf Jahren in unserem Elkhaus. Wir sind sehr zufrieden und können uns nur weiterempfehlen.